Es gibt erfreuliche Neuigkeiten, die euch alle betreffen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hat YouTube die Maximallänge für das Video eines Nicht-Partners auf 15 Minuten angehoben, wie wir hier auf dem Blog, offiziellen Blog von YouTube lesen können. Upload Limit Increases to 15 Minutes for All Uses. Und das heißt, ihr könnt ab sofort bis zu 15 Minuten hochladen, ihr müsst dafür kein Partner sein. Die Partner können natürlich nach wie vor so viele Minuten hochladen, wie sie wollen. Es sei denn, es überschreitet die maximale Größe, aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Und ich denke, das ist in Ordnung. Klar, in ein paar Wochen werden natürlich dann wieder die Stimmen laut, ja, ich möchte ein 20-Minuten-Video hochladen. Aber ist ja in Ordnung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier vielleicht mal einen Daumen hoch gebt, denn das ist echt ein tolles neues Feature. Daumen hoch für YouTube und einen Kommentar da lasst. was ihr denn dazu sagt. Und das wird es gewesen sein mit diesem Quick-Tipp und dem kleinen Hinweis. Bis zum nächsten Mal. Euer Cheesy und ciao.